Ratatatata rum geballert! Tschuldigung! Das ist eine doofe Einleitung für die Aufnahme... Ich essen'n Kek! Jaa den herzlichen Glückwunsch... Wenn du n'n Keks, bedienen dich! DAN will ich ein Maschinen-Gewehr! R humour! Ich habe das Soundboard nicht angeben, kann ich nicht machen. Wir sollten vielleicht noch mal eine kurze Einleitung machen. Moin, Leute. Wie, wat? Moin, Leute. Nee. Einladung war doch gerade. Ich habe doch gerade gerade das gemacht. Das muss doch reichen. Okay. So, Chris, du sagst an. FH oder Manowar? Nimm mal die FH hier. Gut. Die FH habe ich jetzt umgerüstet mit Magazinerweiterung. Mal gucken, ob das was bringt. Ja, früher hatte ich nur 25 Schuss. Auf einmal Rutschung vorbei. Das Thema. Soldat erledigt. Nein, von Ende. Wat? Von hinten. Ah, von der Hinterheit. Wo? Bis das haben, stimmt. Gleich spürt er das, oder? Ja. Das wäre ein ganzes Magazin für einen Typen, ey. Oh, hinter euch jetzt. Oh Gott. Ja, bitte. Nein, 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 nein. So weit wollen wir nicht gehen. Vorsicht stehen da hat. P06, LV-Visier. Die sind nicht ganz ohne hier, die Kameraden. Das sind alles Pappkameraden. Pappaufsteller. Mann, das war mein sicherer Kill. Ernsthaft, entdecken die sich tatsächlich die Seiten ab? Gibt es denn sowas? Nein. Typ nicht. Naja, warum laufe ich eigentlich zurück? Das war selten dämlich von mir. Das lief gerade so schön mit den ersten drei Kills und plötzlich... Ja. Mann, guck. Verbündete Drohne nähert sich. Ein Abschuss. Der war verfügbar. Uh. Zabro ist unterwegs. Verblatt erledigt. Verbündeter Geist auch noch. Wer denn hier ein Geist? 11.0. Sind die doof? Ah, 13.0. Okay. Der hat gerade schon ziemlich alles stark aktiviert, was es da besteppt. Hey, ich habe hier eine Lenkzone. Okay. Ja, der tut gerade Cerberus und Geist gleich zurück. Hab ihn erledigt. Ohne Gewinn, ne? Er bitte Hellstorm-Steuerung. Vorräte unterwegs. Roger. Verbündete Drohne nähert sich. Er ist nur gut, wenn man trämt eigentlich nicht. Ja, für was anderes ist er auch nicht gut. Oh Gott. Echter? Echter? Echter. Echter. Echter? Echter. Drohne nähert sich. Geh mal an Kiezen. Okay. Von wo wurde ich denn gerade erschossen? Ach von da oben. Scheiße, hab ich gerade gesehen. Wächter zerstören. Ach, die stehen da unten in dem Kapäuschen drinne. Jetzt frag mich nicht, wo Kapäuschen ist. Das ist links. Genau da unten drinne schon soeben. Zu dritt. Ich wollte es noch bei uns. Ich hab's mich jetzt hier. Nein. Verbündete Drohne nähert sich. Ich bin mit drei, zwei, fünf fast unten. Zeit ausgeschaltet. Alter, haben wir heute ein geiles Team. Ich kriege mich zu nerken. Unter Druck machen. Ich habe noch geiler Gain ausgedrückt. Toll. Hab ich noch Glühwürmchen zerstört. Verdammt. Hast du ihn? Ja. So, ich hol mir dann noch mal meine Vorräte. Spebeladung toll. Super. Warum krieg ich eigentlich immer nur Scheiß aus den Truhen? Ah, von hinten auch noch. Oh, sind schon vorbei. 18,8. Jawollo. Schön, schön, Berger. Ja, komm, ich bin 15. Nicht, also. Gut, der Lastkill ist jetzt nicht so der Oberfrau, aber. Aber er sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall hast du schöne Span durch die Luft gezogen. Schöne durch die Wand, super kurz. Mein Name. Schön, Blackwolf. Du wieder. Treppchen. Treppchen ist immer gut. Ja, schöne erste Runde, nicht schlecht. Darauf noch mal erstmal. Aber die Maske finde ich cool für eine Nummer 1 hier. Ja. Voll creepy und so. Hm. Der erste, der erste aus der gegnischen Mannschaft hätte ich gerade Nussknacker. Hm? Nutcracker. Ja, Nutcracker. Hm. Ja, von dann habe ich ein paar Mal die Schraubenschlüssel über den Kopf gezogen. Das ist unschön, sowas. Muss dich werden. Werf mit Aschenbechern. Nee, ich habe nur einen Ripper getötet. Achso, nee, okay, vielleicht seid ihr auch zu jung. Das war eine Anspielung auf New Kids. Nein, ich habe ja auch. Ich komme nicht an bei euch, ne? Nee. Klassenidol, warum leuchtet ihr mal Klassenidol und hab ich was Neues gekriegt? Ach, für die Mönne, wo habe ich was Neues gekriegt? Was denn? Ich habe jetzt auch Wachsend Schuhberger. Yay. Die habe ich schon gehabt, wo ich Spielkrieg waren. Toll, Toll, Toll. Also, die sind irgendwie startenmäßig dazugekommen. Nein. Aber die Boxeranschuhe sind gar nicht so gut. Nee, ich habe lieber den Abschlagring. Ich bleib beim Kampfmesser. Ich habe wieder auf die Fresse, ne? Das ist genau das dein Stil. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Auf die Fresse. So, combine. Ich ziehe mich um. Los geht's. Combine. Wer zum Teufel ist Big Boss Manu? Der verfolgt uns, ne? Der ist... Aber ich glaube nicht, dass das unser Biggie ist. Das ist... Obwohl der das Spiel auch hat, wurde mir gesagt. Echt? Er hat ja erzählt, er hat die Nummern von ein paar von uns. Ja. Was hat er? Ein paar Nummern? Ja. Was für Nummern? Handy. Handynummern. Das kann er bei mir lange machen. Ich habe noch nicht mal ein Handy. Ich habe ihn gelöscht. Keine Ahnung. Wo in Irgendjahm? Wer ist besser getät geblieben? Oh, das war ein schneller Sniper. Also der Night Gamer ist ein sehr schneller Sniper. Ja, das habe ich auch schon zu spüren gehört. Der kann echt, der macht Quickscope wie keins weiter, glaube ich. Ich habe mich, glaube ich, mit meiner eigenen Granate getötet. Ich glaube, er hat eine Schiff geworfen. Yay! Hast du geworfen, dich gestorben, dich dann immer gespawnt? Nein, ich habe sie geworfen und bin in die gleiche Richtung gelaufen. Das ist natürlich, ähm... Schlau. Nee, schlau ist das nicht. Das ist mehr so... Äh... Können. Können. Können, ja. Können ist das nicht. Oh Gott. Joghurt ist das auch nicht. Oh nein, ich bin dumm. Und was gibt es sonst Neues? Oh, 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 oh. Ja. Hier war doch gerade... Also bin ich jetzt völlig... ...in Zerbombard? Ja. Oh ja. Lass mal. Oh. Oh Gott. Hey, hey, hey. Bedrohung neutralisiert. Verbündeter Wächter eingesetzt. Sterber bereit. ach scheiße das war einer von denen das habe ich gar nicht so schnell realisiert manchmal habe ich das echt laufig und laufig und laufig und dachte ja hä war das jetzt einer oder war das fünf gegner das auch exakt 1er kd 1er kd 1er kd 1er kd 1er kd 10,6 4,4 nein angezündet geht vor mir und benutzt drei nix danke 13 2 alter teil ja doch das ist ja nicht aber die runde lauf ganz schön gut drei leute ich habe mich eingekillt was will ich denn hin auch gott ich sollte weniger trinken habe ich das gerade laut gesagt ja ich mache gerade so viele sprung fehler das gibt es nicht nein das macht näher einfach los oh nö die ganze Tatee huch ah toll schwebeladung eingesetzt laufen die hier in gruppen unterwegs herum deiner seite im spawn steht zwar hinter dem haus ey der quickscoper ist wieder unterwegs alter schnell schießt der denn schnell sehr schnell ich glaube der schießt schnell aber ich bin mir nicht ganz sicher guck noch mal ich laufe noch mal vor dem film ich laufe noch mal ins Visier oder was ah kein bock auf knife rana geist unterwegs ah jetzt hat er vorbeigeschossen oh hast du es ausgenutzt ja ja und Reiniger kommt an die Mitte gerannt ja unser unser ja unser unser bitte nur noch die Reiniger bitte nur noch die Reiniger ja Alter hast du durchgeholzt oder was geilen oh das ist richtig geile Runde voll schön oh schön richtig schöne Runde für dich er haut da erstmal in die Runde hast du noch mit der Seitenstichflamme hast du ihn noch angezündet oder? ja das war die Überlegung von Reiniger an die Seitwort oh schönes Ende danke fürs Zuschauen Jungs ja 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 bitte wenn nicht vergessen Daumen nach oben dalassen kommt immer gut euch noch einen schönen Tag bis denn dann auf wieder tschüss tschüss bye